Ihr habt euch weitere Videos zu Peripherie-Geräten gewünscht und genau deswegen schauen wir uns heute mal High-End-Produkte von Asus an. Dabei handelt es sich um Tastatur, Maus und Mauspad. Alles weitere nach dem Intro, viel Spaß dabei! Als Maus haben wir hier die Asus AOG Sparta, dazu die AOG Claymore mit MX Red Switches als Tastatur und außerdem ein XXL-Mauspad namens AOG Sheave. Die Produkte sind sowohl technisch als auch preislich definitiv im oberen Segment angesiedelt und was man hier genau für sein Geld bekommt, schauen wir uns nun mal nacheinander an. Die Sparta ist eine drahtlose Gaming-Maus und kommt mit einem üppigen Lieferumfang zu euch. Neben der Maus befindet sich nämlich eine kleine Box in der Verpackung, darin ist eine Ladestation inklusive Standfuß, ein normales Micro-USB-Kabel sowie eines mit Stoffsleeve, zwei AOG-Embleme, zwei Switches für die beiden Haupttasten und zu guter Letzt ein kleines Werkzeug, um die Switches wechseln zu können. Die Maus kann wahlweise komplett drahtlos oder wie gewohnt per USB-Kabel betrieben werden. Im Falle der drahtlosen Nutzung muss die Ladestation, die gleichzeitig als Empfänger dient, einfach nur an den PC angeschlossen werden. Die Sparta verbindet sich dann automatisch und man kann sie sofort nutzen. Falls das nicht klappen sollte, befindet sich aber auch noch eine Taste zum manuellen Koppeln an der Unterseite. Wenn dem Akku der Saft ausgeht, muss die Maus einfach auf die Station gesetzt werden und hält dort magnetisch fest. Eine bessere Konstruktion zum schnellen Andocken bzw. Abnehmen kann ich mir hier echt nicht vorstellen, das ist perfekt gelöst. Eine Akkuladung hält je nach Nutzung für ca. 2-4 Tage, sobald der Ladestand unter einen festgelegten Prozentsatz sinkt, zeigt die Maus das mit blinkenden LEDs an. Bei nächster Gelegenheit sollte man die Maus dann also kurz aufladen oder wenn es gerade gar nicht passt, halt einfach das Kabel anschließen. Die Sparta ist auf jeden Fall eine recht große und verhältnismäßig schwere Maus, was ich persönlich als jemand mit relativ großen Händen aber echt gut fand. An das Gewicht musste ich mich zugegebenermaßen etwas gewöhnen, aber nach 1-2 Gaming Sessions stellte das auch kein Problem mehr dar. Die generelle Form ist sehr ökonomisch, liegt gut in der Hand und eine kleine Fläche am rechten Rand bietet Platz zum Ablegen des Ringfingers. Die Verarbeitung ist auf einem sehr hohen Niveau, so ist die Oberfläche mit einer Magnesiumlegierung versehen, die Bodenplatte besteht aus Metall. Neben den beiden Maustasten und dem Scrollrad gibt es noch eine Taste, um schnell zwischen zwei DPI-Stufen zu wechseln und zwei Tasten, die standardmäßig mit Vor- und Zurück belegt sind. An der Seite gibt es außerdem noch sechs Daumentasten mit einer ziemlich interessanten Optik und Anordnung, die aber extrem hilfreich ist, um sich zurechtzufinden. Unten drunter gibt es dann einen Power-Schalter, um die Maus ganz auszuschalten, was man aber eigentlich nie machen muss, da die Sparta nach wenigen Minuten der Inaktivität in einen Ruhemodus wechselt. Daneben ist wie gesagt die Pair-Taste und dann haben wir noch den Lasersensor, der mit bis zu 8200 DPI auflöst. Das klingt heutzutage erstmal nach gar nicht so viel, reicht aber in der Praxis meiner Meinung nach mehr als aus. Die Maus ist superpräzise, reagiert enorm schnell und das ist doch wohl das Ausschlaggebende. Man hat hier trotz der Drahtlosigkeit übrigens keinen technischen Nachteil zu normalen kabelgebundenen Mäusen. Die Abtastrate liegt per Kabel nämlich meistens bei 1000 Hz und das ist genau der Wert, den die Sparta kabellos erreicht. Per Kabel lässt sich die Abtastrate hier sogar auf bis zu 2000 Hz erhöhen. Euch wird sicherlich nicht entgangen sein, dass die Maus auch ein bisschen Beleuchtung zu bieten hat, das gehört ja bei diesem Equipment mittlerweile auch zum Standard. So lassen sich das AOG-Logo, das Mausrad und die Zwischenräume der seitlichen Tasten in eine beliebige Farbe einstellen und wahlweise mit Effekten versehen. Das Thema Langlebigkeit sollte hier auch gar kein Problem darstellen, denn meistens gehen bei einer Maus entweder die Switches der beiden Haupttasten oder das Kabel kaputt und beides kann man ganz einfach auswechseln. Die Switches aus dem Lieferumfang haben zudem einen etwas schwereren Druckpunkt als die vorinstallierten, je nachdem was man hier bevorzugt. Weiter geht es mit der neuen AOG Claymore mit Cherry MX Red Switches. Die Besonderheit der Tastatur ist der modulare Aufbau, man kann das Numpad nämlich wahlweise ganz abnehmen, auf der linken oder auf der rechten Seite anbringen. Dafür muss der Tastenblock einfach von oben auf die Wunschseite der Tastatur aufgesteckt werden, die Verbindung der beiden Elemente ist sehr stabil und passgenau. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und hat diese typische AOG-Struktur, was nicht nur cool aussieht, sondern auch sehr hochwertig wirkt. Die MX Red Switches haben einen gewohnt sehr guten und angenehmen Druckpunkt, sind allerdings natürlich auch nicht ganz leise. Das ist aber bei mechanischen Tastaturen generell so. Die Tasten lassen sich einzeln beleuchten, außerdem kann man natürlich auch hier wieder verschiedene Effekte auswählen. Über die Fn-Taste hat man nicht nur Zugriff auf zum Beispiel Multimedia-Tasten, sondern kann mithilfe der entsprechenden Asus-Programme über Taktungsprofile aktivieren bzw. deaktivieren, verschiedene Lüfterkurven durchschalten, die Beleuchtung in Farbe, Helligkeit und Effekt anpassen oder beispielsweise die Windows-Taste sperren. Da gibt es also echt eine Menge Optionen, auf die man einfach zwischendurch zugreifen kann. Beleuchtung läuft bei Asus ja mittlerweile unter dem Stichwort Aura und da die verschiedensten Geräte damit ausgestattet sind, gibt es nun umfangreiche Möglichkeiten, Farbe und Effekt zu synchronisieren. Das heißt, ihr könnt bei entsprechender Hardware zum Beispiel die Beleuchtung von Mainboard, Grafikkarte, LED-Strip, Tastatur und Maus synken und das Ganze über eine einzige Software steuern. Manche von euch werden das sicherlich überflüssig finden, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da großes Gefallen dran gefunden habe. Das Kabel ist gesleeved und lässt sich auch hier einfach abnehmen, zudem gibt es kleine Hilfen für die Kabelführung. Der Aufstellwinkel lässt sich über zwei ausklappbare Standfüße anpassen, weiterhin steht die Tastatur dank verschiedener Gummiflächen sehr fest. Im Lieferumfang befinden sich übrigens erneut zwei dicke AOG-Sticker, samtartige Schutzhüllen für Tastatur und Numpad, das Kabel und natürlich ein bisschen Papierkram. Zu guter Letzt haben wir noch das Mousepad namens Sheev. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes XXL und misst 90x44cm. Damit ist es definitiv groß genug für Tastatur und Maus und würde auch für ein Notebook-Setup genügend Platz bieten. Das Design ist insgesamt recht schlicht und in schwarz-rot gehalten, auf der rechten Seite ist das AOG-Logo mit der bekannten Struktur zu sehen, links unten steht ganz dezent Republic of Gamers, mir persönlich gefällt das sehr. Das Mousepad bietet eine hohe Qualität, hat einen ordentlich vernähten Rand außen herum und natürlich eine speziell für Maussensoren optimierte Oberfläche. Die Unterseite ist flächendeckend gummiert, damit das Pad auch auf jeden Fall an seinem Platz verbleibt. Das knallige Rot sieht außerdem echt gut aus, schade nur, dass man davon bei der Nutzung natürlich wenig sieht. Der einzige Kritikpunkt ist ein etwas strenger Geruch nach dem Auspacken, ein bis zwei Tage später hat sich das Thema aber von alleine erledigt. Abschließend zusammengefasst handelt es sich bei allen drei Produkten um qualitativ wirklich hochwertige und im Falle von Tastatur und Maus auch technisch extrem gut ausgestattete Geräte. Vor allem die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und die Software-Features wie zum Beispiel die Synchronisation der Beleuchtung haben mir echt gut gefallen. Die Preise, die Asus hier aufruft, haben es aber echt in sich. Die Maus kostet aktuell gut 160 Euro, die Tastatur mit dem modularen Numpad weit über 200 Euro. Das Mauspad liegt bei etwas unter 40 Euro. Während die Maus preislich langsam in einen akzeptablen Bereich rückt, finde ich die Tastatur auf jeden Fall viel zu teuer, also da muss man schon echt ein AOG-Fan sein, unbedingt die Sync-Features haben wollen etc. Ich hoffe, dass der Preis sich zeitnah ein gutes Stück nach unten korrigiert. Da die Tastatur aber auch noch sehr neu und noch nicht überall verfügbar ist, stehen die Chancen da denke ich nicht ganz schlecht. Die aktuellen Preise könnt ihr wie immer direkt über die Links in der Videobeschreibung in Erfahrung bringen. Dann sind wir nun aber auch endlich am Ende dieses Videos angekommen. Feedback könnt ihr mir gerne in den Kommentaren oder per Like-Button dalassen. Wenn ihr so ein Review auch mal mit Low-Budget-Produkten sehen möchtet, schreibt das auf jeden Fall auch unten rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut Leute, ciao! Vielen Dank!